Willkommen auf meinem Gartenkanal bei Janos Moratti bei den exotischen Pflanzen zu vermeiden und wie es weitergeht. Und bei den heimischen Sachen zu vermeiden und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok und meine Homepage ist da verlinkt und mein Merch-Shop ist da verlinkt und schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall. Okay und da zeige ich euch was jetzt. Hier haben wir mein Hochbild. Ich habe jetzt gerade gesehen, es ist gefroren. Die oberflächliche Erde ist gefroren komplett und da drunter ist weich. Bei die Töpfe ist das auch so. Da ist oben so gefroren und da ist sie weich. Ja, und wenn es das Loch ist, da ist weich die Erde und dann schaut das gut aus. Ich sehe es nicht schlimm, es friert. Und das muss man auslernen, bevor es friert und da haben wir den Maroni-Baum und den Apfelbaum. So schaut ganz gut aus. Und da haben wir mein Weinberg für sich und mein Kiwi schaut auch ganz gut aus. Und da haben wir auch die Kiwi und so ein Gebusch und die Hotenzie verliert jetzt ihre Blätter. So, diese auch da vorne. Und da ist mein Olivenbaum und da sind meine Dattelbeimen und könnte man das Wasser auslernen, dann friert das. So. Wasser ausgeleert. So, jetzt schmeißen wir gemeinsam was weg. Das da. Abgestorbene Blätter, abgestorbene Ananaspflanzen, alles drum und dran. Da möchte ich schön haben. Schön sauber. Jetzt. Jetzt sehen wir da bald die Sonne. Da ist die Sonne. Schöner Sonnenaufgang. Jetzt gehen wir zu dem Müll. Biomüll. So. Das war's. Jetzt. Seht ihr das da auf dem Berg ist so viel Schnee. Seht ihr? Richtig so viel Schnee habe ich noch nicht so erlebt so früh. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut's in die Videobeschreibung. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Schaut's Kanal Info. Schaut's bei i vorbei. Und am Ende des Videos könnt ihr 3 Videos anklicken und mein Logo anklicken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei Whatsapp, auf Instagram, auf Snapchat. Überall. Und schaut's auf meine Homepage vorbei und schaut's bei meinem Merdshop vorbei. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.